hallo meine lieben munis und willkommen zu einem neuen video von mir seit gefühlt ein milliarder jahre erst mal ist mir so unglaublich leid sich so lange kein video mehr gemacht habe ich wollte wir hatten halt ferien und ich brauchte die zeit um nachzudenken und nun habe ich seit etwa fünf wochen oder so glaube ich zumindest wieder schule und bisschen stressig auch mit beruf finden ausbildungsstelle finden und alles und auch sonstige private probleme noch ein bisschen und ja ich hoffe mir das nicht so viel nicht so ganz übel in den letzten tagen war ich auch wieder auf youtube unterwegs und habe mir so die kommentare unter meinen videos durchgelesen und da ist mir wirklich wieder mal klar geworden was für eine geile community ich habe das muss ich einfach mal sagen eure kommentare sind so süß eure rückmeldung eure kritik alles so hilfreich und ich wollte euch dafür einfach danke sagen also heute kommt nun ein q&a video wo ich eure fragen beantwortet nicht ganz so viele aber falls euch noch wirklich einfallen schreibt die gerne das video und dann gibt es vielleicht noch einen dritten teil aber bevor das jetzt fragen jetzt starten grüße ich einmal tropfenkralle und ja könntest du für mich werbung machen ja mache ich gerne also fangen wir mit den fragen an also tropfenkralle hat folgendes gestellt einmal einmal wie alt bist du ich bin in den ferien um genauer zu sein am vierten august bin ich 15 jahre alt geworden in welchem bundesland wohnst du ich wohne in keinem bundesland weil ich gehöre nicht zu deutschland ich bin nämlich eine schweizerin und tropfenkralles letzte frage in welchem clan wärst du ein warrior cats ich wäre vermutlich was vermutlich ganz sicher im schattenklamm dann kommen wir zu den fragen von schwarzpelz was ist dein klan mit wolken kann und so den du am wenigsten magst den klan den ich am wenigsten mag ist irgendwie der wind klan aber auch der wolken klan weil der wolken klan man hat halt so die vier klans gelernt kennengelernt dann erfährt man plötzlich deswegen fünften klan gibt das ist ein bisschen komisch und ich weiß nicht für mich würde einfach irgendwie dazu also ich mag den auch nicht so dann kommen wir zu nacht frost dein name bleibt mir immer also welche kanäle hast du abonniert da gibt es wirklich ziemlich viele zum einen ziemlich viele warrior cats kanäle auch ziemlich viele meiner fans abonniere ich weil ich total ein sozialer mensch bin ja ihr seid auch ziemlich sozial deswegen würde ich euch sonst nicht folgen ihr seid total sozial nicht so wie der typ der mir letzten freitag auf die fresse geschlagen hat ja und ducky lp habe ich auch abonniert die potter hells unter euch kennen ihn wahrscheinlich was ist dein lebensvideo auf deinem kanal ich habe eigentlich keine lebensvideo ehrlich gesagt lieblingscharakter als warrior cats ganz viele aber habe hier schon ein video dazu gemacht was charakter als warrior cats regenblüte manchmal blattsee und tüpfelblatt lieblingsfach in der schule kunst und englisch dann zockst du videospiele ja ich will starstable und ja das war's mit den fragen danke an alle die fragen gestellt haben ja tschüssi